Pascal geht los Ich freue mich jedenfalls, dass ich immer noch an der Schießerei nicht dahin nehmen konnte Das ist ein bestes Kommentar Alter, jetzt bist du in den Docks noch auf Oh, shit, hast du einen Raben? Oh, Mist Ja, pass auf, hier ist auch ein Madentyp Darf ich den kaputt machen? Bitte, bitte, bitte Ja Scheiße, ja, ich hab doch daneben schon geworfen, weil er auf mich zugehandt kam Ey, aber hier in dem Turm ist keiner drin, oder? Ich hoffe Das ist gerade so nah angehört Nö, nö, also das war jetzt nicht im Turm Tschüss Oh, doch, scheiße War doch einer im Turm, oder? Ja, ja Doch einer im Turm Ich hab leider nur noch ne Haftbombe, die würde ich nicht aufschmeißen Ne Brandbombe Da ist die Luka auf Wer hat mir jetzt mal einen Kill gekaut? Ich Alle haben sie glaube ich drauf geballert Ne, ich nicht Ich hab ihn zu spät gesehen Ey, warte, du hast doch ne Wingsbombe Ja, ja, mach ja gerade Oh Oh Ich hab ihn gekriegt Noch ein Dynamit Der muss seitlich sein Ja Ich hab ihn, yay Man, die ist abgestaubt Abstaubt Ach, du warst das Alter, oh Hab ich mich jetzt erschrocken Oh, bin tot Hat mir einer erschossen Oder doch noch jemand Der ist aber nicht der, der mich erschossen hat Der hat der da hinten geschossen hat Der ist der, der mich erschossen hat Wisst ihr, wo die sind? Ich seh die nicht Ich hab die nur gehört Ich hab weder was sie sehen noch gehört Ich hab gehört Oh Wo? Wo denn? Die schleichen alle am Gefängnis, Junge Wie du holst ein Panther Ach, da Aha, 10 Ah, hat er sich woanders wiederbelebt Ich kann nicht aufheben Ja, da musst du aber vor mir springen, ne? Vor mir laufen Gleich Wenn ich auferstehe Sofort vor mir laufen Die kommen Sofort vor mir laufen Sofort Oh, okay Du solltest dich nicht opfern Das ist mir am Nächsten Das ist jetzt doof So hab ich damit dich gekriegt Da, wo du gelegen hast Lieg ich jetzt So war der Plan nicht Ah, schön Ey, hockt da einer an dem Baum? Geht er auf Nummer sicher War einer am Baum? Nö Ey, was ist denn das für ein Fuck? Die haben mich verarscht, Alter Die Idioten Das hab ich ja noch nie gesehen Hier ist einer am Baum eingewachsen Ich dachte, der hockt dort So ein Scheiß Bin natürlich geschossen Hier bei mir Guckt er den an Hier Ich war da auf vorne Und dachte, der hockt auf einer Und hab ihm eisgalten Headshot verpasst Das hat jeden Fall Oh, da fliegt mir ja was hinterher Ich hab's ausgedrückt Ey, pass auf Hier unten ist eine Giftfolge Du bist schon ein cleverer Fuchs Ja Ich bin immer noch schlauer als ein Flieger Darf ich den letzten Schiff mit der Uppercut machen? Ja Mach es Ja, ja, beruhige dich Oh, da geht's schon ab Ja Was haben sie gehört? Ja, definitiv Das hört man Oh, wie er runtergefallen ist Wenn er hier über den Ast läuft Hören die das da hinten Also ich hör es auf jeden Fall Aha Du luckst du Ja, ne? Oh, ich bin immer noch ein Ast hier Ich hab den nie gesehen Ach so, Klassiker von Matthias Das ist einfach Matthias Mann So ein Scheiß Oh nein, jetzt geht er da hoch Hat ein Hit Da oben ist einer, oder? Der ist oben ins Weiße Haus gerannt Ist der Präsident von Amerika Der ist am Fenster Mats, jetzt hängt alles an dir Aufs Kopf schießen direkt Mhm Wir haben ja andere Nütze katastend Ich bei den Fotos und Tüten Ja Zauber Achtung Hä? Was ist denn jetzt passiert? Hä? Warum ist das Spiel aus? War ich auch Spiel geschlossen? Nö Nö Oh, die Stiefel sind schon geputzt Also bin ich im Spiel direkt gespawnt und gestorben, ne? Ja Hab's er? Was? Ah Ich hab die schon einmal angehütet So Madam So Etzent, ey Ah, jetzt Ich hab ihn getroffen, oh Der hat sich gestorben Hast du noch ein Dynamit? Nein, ich geh gleich drauf, aber Oh Nein, nochmal fliegen Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Mann Letzten Moment hab ich so umgebracht Äh, ich würd den abbrennen, wenn den keiner will Ja, brenn Nee, wieso soll er denn abbrennen? Kann doch einer looten Dann heilig mich nämlich mal und dann komm ich nämlich immer heilung Ich muss nicht looten Wo sind der? Der ist offensichtlich, da muss er aufpassen, dass er Muss ein bisschen weiter weg gehen, nicht dass er Da Dass er erschossen wird Hätt schon nicht erschossen Oh, scheiße Ich hoffe, das hast du aufgenommen Ja, ja Mann, ich muss aber kurz lachen, ich kann jetzt nicht spielen Norden, Nordosten, ne? Oh, Gott Ne, ne, ich werd schon nicht erzupfen Aber Cypress Hatz hatten wir zu dritten Lange nicht mehr Und dann, die müssen ich an den Boss Das war so gut Ich bin doch gestern, erzup Yamag Echt? Ja Ja, aber da sind wir hingegangen, weil da ne Schießerei war Aber nicht weil der Boss da war Also, ich und der Madhuless hat das gestern gestern Es stimmt zwei-, dreimal, oder? Ok. Ja. Also da hat man es schon ein paar mal gehabt. Mann! Mann! Was macht der denn da? Mann! Was macht der denn da? Er klopft dich wieder mit 3,5. Ich sterbe! Ich sterbe! Ui! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Nein! Noch nicht ganz! Jetzt! Nein! Ist das ein Idiot! Weiß ich. Ich lass mich ruhig, stell dich ab! Es hört sich hier andersrum an! Ey, Warte jetzt! Ey, wieso ist das so schnell? Warte jetzt hier um den Baum! Der ist echt schnell! Um den Baum! Hast du den immer noch nicht tot oder? Ach! Der hat mich blutig geschlagen! Der hat mich blutig geschlagen! Verdammt! Warte, wo gehen wir vorgeschnitten! Heming und gar Beeck!